SETI, die Suche nach außerirdischem Leben, das ist der neue Czech Games Edition Kracher. Das Ganze ist auf Deutsch bei Heidelberg Games erschienen, für 1-4 Spieler, 40 Minuten pro Spieler ungefähr. Es ist ein Kennerspiel, was ich euch ganz gerne jetzt einmal erklären möchte, dafür gehen wir gleich auf den Tisch. Und danach sehen wir uns mit einem kleinen Ersteindruck wieder von diesem, ja ich kann schon mal spoilern, extrem guten Spiel. Bis gleich. Ich habe das Spiel hier einmal für zwei Spiele aufgebaut, kommen wir einmal zum allgemeinen Spielaufbau. Ich habe hier in der Mitte das Board, das besteht quasi aus drei großen Teilen. Wir haben hier einmal, ja diesen Planetenteil, wir haben hier diesen Sonnensystemteil und wir haben hier diesen Technologieteil. In der Mitte liegt dann noch, ja der Aufbau für diese einzelnen Scheiben. Hier liegt hier quasi die Sonne in die Mitte und dann diese kleine, mittlere und große Scheibe so untereinander und dann diesen äußeren Ring. Da gibt es in der Anleitung ein QR-Code, da könnt ihr euch einen zufälligen Aufbau generieren lassen. Das blende ich nochmal kurz ein und ansonsten müsst ihr dann noch, wenn ihr das fertig aufgebaut habt, hier in der Mitte, hier diese Datenpunkte in diese kleinen Felder legen. Dann haben wir hier diese vier goldenen Meilensteine. Davon sucht ihr vier zufällige aus, die sind doppelseitig bedruckt oder ihr könnt euch auch auf welche einigen am Anfang der Partie. Die legt ihr hier aus. Hier über diesen Planetensystem oder über diesen Planeten habt ihr zwei Alienrassen, die ihr zufällig aussucht. Ihr dürft nicht wissen, welche sich hierunter befinden. Das heißt, ja mischt die verdeckt und legt dann hier jeweils eine verdeckt hin. Wir haben eine Auslage von den normalen Standardkarten mit dem Stapel hier. Das heißt, drei liegen hier offen aus. Und dann haben wir hier auf der linken Seite die Technologien. Wir haben hier diese drei unterschiedlichen Technologien. Purple, Blue und Orange. Also, ja, lila, blau und orange. Und da müsst ihr die einzelnen Stapel, die sind quasi von Level zum Level gekennzeichnet mit so kleinen Punkten hier an den Ecken. Ja, mischt ihr die einzelnen Stapel und legt diese dann hier auf diese Felder. Achtet ein bisschen darauf, dass ihr die verkehrt rum rum legt. Die Illustration hier unten an den Ecken würde suggerieren, dass man sie verdeckt hinlegt. Aber nein, der Stapel muss offen, sodass das dann quasi hier nicht mehr passt mit den Ecken. Das ist ein bisschen komisch. Und auf jeden Stapel legt ihr dann am Anfang noch so einen Zwei-Punkte-Marker, sodass ihr die alle Technologien offen ausliegen habt hier. Dann haben wir hier so einen, ja, Markiermarker, einen Drehmarker. So nennen wir den, damit wir immer, wenn dieser hier wandert, hier diese Räder in der Mitte drehen. Wir haben hier noch Karten ausliegen. Das sind immer so viele Karten, wie Mitspieler mitspielen, plus eine Karte. Und auf den ersten Stapel legt ihr dann noch einen weiteren Drehmarker als Erinnerungsmarker. Wir haben hier also 100-Punkte-Marker. Wir haben natürlich Ressourcen, Energie und Credits sind hier die Standard-Ressourcen. Und wir haben einen Supply von Datenpool-Markern noch hier in dieser Schale. Dann hat jeder Spieler natürlich auch Spielmaterial, welches wir dann, ja, hier einmal auf dem Brett verteilen und was wir hier vor uns sammeln. Wir haben zum einen ein Mikrofon, was wir hier auf diese Bekanntheitsleiste auf die vierte Stufe stellen. Wir haben hier zwei Punkte-Marker. Je nach Spielereihenfolge, die ihr am Anfang auslost, müssen diese hier auf 1 bis gestellt werden. Also der erste Spieler bekommt nur einen Punkt, der zweite Spieler zwei, der dritte drei, der vierte vier und so weiter und so fort. Also, dass ihr alle ja mit ein bisschen Punkteunterschied startet. Ansonsten hat jeder Spieler ein Board, was er sich nimmt. Jeder Spieler startet außerdem mit vier Credits und drei Energie. Jeder Spieler hat hier ein Pool von kleinen Markern und kleinen Satelliten, die er einfach neben seinem Board bereitlegt. Wir haben hier so eine Startkarte. Das ist quasi unser Starteinkommen. Auf der Rückseite seht ihr auch nochmal die ganzen Startressourcen, die ich jetzt euch schon, ja, erzählt habe. Und ihr bekommt natürlich noch fünf Startkarten. Und von diesen fünf Startkarten müsst ihr euch am Anfang der Partie eine Karte aussuchen, die ihr unter eure Einkommensstartkarte so platziert, sodass euer Einkommen quasi erhöht ist. Außerdem bekommt ihr dann in dem Moment, wo ihr das platziert habt, ja diese weitere Ressource noch. Und die restlichen vier Karten bilden dann eure Starthand, mit der ihr dann losspielen könnt. Das Spiel wird über fünf Runden gespielt und nach der fünften Runde wird geschaut, wer hier die meisten Siegpunkte hat. Der Spielablauf ist eigentlich immer der folgende, dass jeder Spieler, wenn er am Zug ist, einen Zug machen kann. Dann ist der nächste Spieler in Spielereihenfolge dran, dann ist der nächste Spieler in Spielereihenfolge dran und so weiter. Und das machen wir dann so lange innerhalb einer Runde, bis alle Spieler gepasst haben. Das heißt, es kann auch sein, dass man als Spieler als Einziger noch drin ist, weil alle anderen Spieler noch gepasst haben und dann, ja, seine Züge ganz schnell hintereinander machen kann. Das heißt, ja, der, der den Startspieler bekommen hat, das ist auch hier mit diesem Startspielermarker markiert, mit dem Mond hier. In diesem Fall wäre das hier der grüne Spieler, der den Mond bekommt und dann Startspieler ist. Der fängt an, seinen ersten Zug zu machen und so weiter und so fort. Zwischen den einzelnen Runden gibt es dann noch eine ganz kurze Auffrischungsphase, in denen der Spielermarker an den nächsten Spieler weitergereicht wird. Im Uhrzeigersinn können sich hier noch Karten ausgesucht werden am Ende der ersten, zweiten, dritten und vierten Runde. Und ansonsten geht es dann einfach auch wieder nahtlos weiter mit der nächsten Runde. Zwischendurch bekommt man noch Einkommen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die ich dann gleich nochmal im Detail erkläre. Klären wir einmal, was man in seinem Zug überhaupt machen kann. Das Ziel des Spiels ist es im Grunde genommen, ja, außerirdisches Leben zu entdecken, Spuren von außerirdischem Leben zu finden und dadurch Siegpunkte zu erlangen. Im Laufe des Spiels werden dann die beiden Alienrassen hier freigelegt. Dann kommen nochmal neue Regeln ins Spiel. Da müsst ihr euch dann, je nachdem, welche Alienrasse ins Spiel kommt, die jeweilige Beschreibung hier raussuchen und dann die Startaufstellung befolgen. Es ändern sich dann so ein paar Regeln. Ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne Alienrasse ein. Das würde zu weit führen. Das müsst ihr euch dann in dem Moment durchlesen. Das geht aber auch relativ schnell. Und ja, im Grunde genommen verändern diese Alienrassen das Spiel nochmal, geben so ein paar kleine Gimmicks, ändern so ein paar kleine Regeln, bringen neue Karten ins Spiel, neue Sachen ins Spiel, die ihr dann auch noch in der Box findet. Ja, da könnt ihr dann gespannt drauf sein, welche zwei ihr dann im Laufe der Partie hier entdecken werdet. Kommen wir einmal ganz kurz zu den Karten, die ich einmal kurz erklären möchte, bevor wir zu den einzelnen Aktionen gehen, denn die Karten spielen tatsächlich hier in diesem Spiel eine wesentliche Rolle. Ich zeige euch hier einfach einmal eine Karte und erkläre euch, ja, was ihr hier seht. Wir haben hier auf dieser Karte verschiedene, an verschiedenen Ecken, verschiedene Symbole. Wir haben hier verschiedene Effekte und es ist so, dass ihr eure Karten auf unterschiedliche Arten und Weisen benutzen könnt. Es gibt eine Hauptaktion, in dem ihr einfach eine Karte ausspielt und dann diesen Hauptteil dieser Karte benutzt, aber diese Karte hat auch noch mehrere, ja, Möglichkeiten eingesetzt zu werden. Wir haben zum einen hier oben links ein Symbol, eine Ecke. Das ist ein Symbol, das ihr benutzen könnt oder das ist ein Effekt, den ihr benutzen könnt, wenn ihr eine Karte abwerft. Dann haben wir hier oben rechts noch ein Symbol, das ist auch ein Symbol, was ihr in Verbindung mit einer bestimmten Aktion benutzen könnt. Wir haben hier Kosten der Karte, die ihr bezahlen müsst, wenn ihr die Karte ausspielt. Wir haben einen Effekt von Karten und wir haben hier unten rechts quasi ja dieses Einkommenssymbol einer Karte. Wenn ihr das eurer Einkommensleiste quasi hinzufügt, dann generiert diese Karte zum Beispiel hier eine weitere Karte als Einkommen. Also diese Karten haben quasi eine Multi, sind Multi-Use-fähig, also haben unterschiedliche Arten und Weisen, wie ihr diese Karten nutzen könnt. Und ja, das nur einmal zu den Karten, wie die aussehen. Und jetzt kommen wir dann zu den einzelnen Aktionen und ja, da werden wir dann auch teilweise Karten benutzen. Die einzelnen Aktionen müssen einmal unterteilt werden in Hauptaktionen und in freie Aktionen. Jeder Spieler kann in seinem Zug genau eine Hauptaktion machen und beliebig viele freie Aktionen, die er während, vor oder nach seiner Hauptaktion machen kann. Die Hauptaktionen sind immer gekennzeichnet durch so ein Hexfeld. Davon haben wir hier auch ein paar auf dem Board. Also hier zum Beispiel diese Rakete in diesem Hexfeld ist eine Hauptaktion. Hier diese große Satellitenschüssel ist eine Hauptaktion. Aber hier auf dem Board haben wir hier auch zum Beispiel eine große Hauptaktion, die wir machen können. Und diese Hauptaktionen gehen wir gleich durch. Zusätzlich gibt es aber auch immer wieder freie Aktionen, die man machen kann, auf die ich dann jetzt einmal ganz kurz eingehe, bevor wir zu den Hauptaktionen kommen. Die erste freie Aktion, die man jederzeit in seinem Zug machen kann, ist Datencubes aus seinem Datenpool hier auf seinen Supercomputer zu legen. Es gibt hier quasi Daten, ja so Datenchips, die ihr im Laufe des Spiels sammeln könnt. Diese Datenchips bekommt ihr entweder aus dem Vorrat. Meistens bekommt ihr die Datenchips aber hier aus diesen kleinen Einkerbungen, wenn ihr hier ja irgendwelche Interaktionen mit diesem Board macht. Und diese Datencubes, Datenchips, die landen immer hier in eurem Datenpool. Da habt ihr Platz für sechs Stück und ihr könnt in eurem Zug jederzeit diese Datencubes hier auf euren Supercomputer legen. Und sobald ihr dann Symbole überdeckt, bekommt ihr den jeweiligen Bonus davon. Ihr müsst halt schauen, dass ihr, ja ihr könnt halt nur bis zum Ende hier gehen. Und ja, um diesen Supercomputer wieder frei zu machen, ist eine Hauptaktion notwendig, auf die ich gleich nochmal eingehe. Aber grundsätzlich könnt ihr jederzeit in euren Zug hier diese Datenchips hier auf diese Markierungen legen. Das werden später auch noch mehr Markierungen, wenn ihr dann noch Technologien hier reingelegt habt in die kleinen freien Felder, um euch dann hier Boni zu erlangen. Zum Beispiel hier in diesem aufgedruckten Feld hier würde euer Mikrofon um einen in der Bekanntheitsleiste steigen. Eine zweite freie Aktion ist, eine Mission zu erfüllen. Es gibt Karten, zum Beispiel diese hier, die hier in der Auslage liegt, die neben ihrem normalen Ausspieleffekt, der hier auf dem weißen abgebildet ist, hier unten so einen etwas in grau gehüllten Effekt zeigen. Und das ist quasi eine Mission, die ihr erfüllen könnt. Das heißt, in dem Moment, wo ihr eine Karte ausgespielt habt, bekommt die nicht sofort in die Auslage oder auf den Abwurfstapel, sondern falls ihr eine Mission hat, könnt ihr diese Karte erstmal in eure Auslage legen und könnt nun eine Mission erfüllen. Es gibt unterschiedliche Arten von Missionen. Es gibt so Karten, wo ihr eine Bedingung mehrmals erfüllen müsst. Dann würdet ihr immer einen Marker auf die jeweilige Belohnung legen oder es gibt hier zum Beispiel eine Mission, das könnt ihr einmal erfüllen und danach könnt ihr diese Karte ablegen. Hier in diesem Fall wollen wir zum Beispiel drei von diesen lilanen Technologien haben. Sobald wir das haben, können wir als freien Zug in unserem Zug hier diese Belohnung einfordern, was hier ein Datencube ist, ein Datenship, den wir dann natürlich auch wieder in unseren Datenpool legen. Und wenn wir die Mission abgehakt haben, kommt die Karte dann auf den Ablagestapel. Eine weitere freie Aktion ist noch, dass ihr euch Karten nehmen dürft und zwar könnt ihr drei Mikrofone ausgeben, um euch eine Karte zu schnappen. Dieses Symbol bedeutet, dass ihr euch eine Karte aus der Auslage nehmen dürft oder eine Karte vom Stapel, also die oberste verdeckte Karte. Es gibt dieses Symbol auch noch mit einem Fragezeichen in der Mitte. Dann müsst ihr euch immer eine Karte vom verdeckten Stapel nehmen. Die nächste freie Aktion ist das Abwerfen von Karten und der Eckbonus, der damit einhergeht. Hier zum Beispiel, wenn ihr jetzt so Handkarten habt, die habt ihr auf der Hand und ihr wollt, ja ihr braucht bestimmte Dinge. Und ihr seht, dass ihr diese Dinge vielleicht hier oben in der Ecke habt als Bonus. Dann könnt ihr jederzeit eure Handkarten abwerfen, um hier diesen Bonus zu erlangen. Zum Beispiel könnte ich diese Karte von meiner Hand einfach auf den Ablagestapel werfen, um mir einen Datencube aus dem allgemeinen Vorrat zu nehmen und hier wieder in meinen Datenpool zu legen. Da gibt es die unterschiedlichsten Boni. Es gibt Schritte auf der Bekanntheitsleiste. Es gibt diese Datencubes oder es gibt hier solche Bewegungen im Orbit. Denn ihr könnt im Laufe des Spiels hier mit euren Satelliten Planeten besuchen und ja das Weltall quasi hier erkunden, nach Signalen suchen und außerirdisches Leben suchen. Und die letzte freie Aktion, die ihr machen könnt, ist das Tauschen von Ressourcen beziehungsweise Karten. Ihr könnt nämlich jederzeit zwei Energie, zwei Credits oder zwei Karten gegen entweder eine Energie, ein Credit oder eine Karte umtauschen. Das heißt ja, das Tauschen von einem Verhältnis von 2 zu 1 ist möglich. Ihr müsst aber immer zwei gleiche Ressourcen ausgeben, um dann eine beliebige andere Ressource zu bekommen. Also mit Credits, Energie und Karten könnt ihr euch Credits, Energie und Karten besorgen. Dann kommen wir einmal zu den Hauptaktionen. Die erste Hauptaktion, die hatte ich schon erwähnt, das ist das Ausspielen einer Karte. Es gibt ja verschiedene Kartenfähigkeiten. Die Karten kosten unterschiedlich viel. Normalerweise kosten die Karten immer Credits. Es gibt Ausnahmen im gesamten Spiel, werdet ihr dann aber selber entdecken. Und ja, wenn ihr eine Karte von eurer Hand ausspielen wollt und es geht wirklich nur von der Hand, dann könnt ihr die angegebene Creditanzahl bezahlen aus eurem Vorrat. Die werft ihr dann ab. Ihr legt die Karte erstmal in eure Auslage. Dann handelt ihr den Karteneffekt, der hier in diesem weißen Bereich zu sehen ist, ab. Und falls eine Mission sichtbar ist, lasst ihr die Karte bei euch in der Auslage. Also zum Beispiel in diesem Fall wäre wieder eine Mission hier unten sichtbar. Dann würde ich die Karte in meine Auslage lassen. Falls keine Mission sichtbar ist, werfe ich die Karte auf den Ablagestapel ab. Und dann habe ich quasi eine Hauptaktion gemacht. Kann natürlich noch wieder beliebig viele freie Aktionen machen. Und der nächste Spieler ist an der Reihe. Genau, das ist so die erste Hauptaktion. Die nächste Hauptaktion, die ich euch zeigen möchte, ist hier das Starten einer Sonde. Das ist dieses orangene Feld. Und dieses orangene Feld hat auch noch zwei Technologieplätze, womit ihr die Aktion im Laufe des Spiels hier verbessern könnt. Die Aktion kostet euch zwei Credits. Und mit dieser Aktion könnt ihr eine Sonde in den Orbit starten. Ihr könnt maximal am Anfang, wenn ihr keine Technologie habt, eine Sonde im Orbit haben. Und ihr müsst zwei Bewegungen zahlen, falls ihr von einem Asteroidenfeld euch bewegt. Wie das mit den Bewegungen funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ja, wenn ihr die zwei Credits zahlt, startet eure Sonde standardmäßig auf dem Erdfeld. Und nun habt ihr ja schon gesehen, dass es diese Bewegungssymbole gibt, die es hier oben zum Beispiel als Bonus, als Abwurfbonus auf den Karten gibt. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, seine Sonde zu bewegen. Das bedeutet, dass ihr eure Sonde im Laufe des Spiels hier als freie Aktion, durch das Abwerfen oder durch andere Sachen, hier durch diesen Orbit bewegen könnt. Wichtig ist, ihr dürft eure Sonde immer nur angrenzend, also nicht diagonal, sondern immer nur waagerecht oder horizontal bewegen auf das nächste Feld. Es ist so, dass im Laufe des Spiels sich diese Scheiben hier auch noch drehen. Komme ich dann gleich nochmal zu, wann die sich drehen. Und es kann sein, dass eure Sonde dann ja weitergeschubst wird auf ein weiteres Feld. Das heißt, wenn es hier auf so einem leeren Feld liegt und die Scheibe sich so dreht, dann hüpft es nicht auf die Stufe darüber, sondern es wird weitergeschubst. Dann ist es so, jedes Mal, wenn ihr auf ein Feld kommt, auf dem so ein Mikrofonsymbol abgebildet ist mit eurer Sonde, dann bekommt ihr hier einen Schritt auf dieser Bekanntheitsleiste. Das ist auch standardmäßig. Und es ist so, dass ihr versuchen wollt, mit euren Sonden diese Planeten hier zu bereisen. Denn wenn ihr eine Sonde auf so einem Planeten habt, dann könnt ihr im Weiteren eine weitere Hauptaktion machen, auf die ich dann jetzt gleich eingehe. Aber grundsätzlich ist es so, mit dieser Aktion Sonde starten, startet ihr erstmal eine Sonde hier auf der Erde. Und damit ist eure Aktion im Grunde genommen auch schon vorbei. Außer ihr macht noch freie Aktionen, um diese Sonde dann ja vielleicht noch zu bewegen. Kommen wir zur nächsten Hauptaktion, nämlich dieser grünen Hauptaktion. Das bedeutet, dass ihr eine Sonde in die Umlaufbahn eines Planeten schicken könnt, also einen Planeten umkreisen dürft. Das kostet euch einen Credit und eine Energie. Und ihr braucht eine Sonde, die hier schon irgendwo auf einem Planeten steht und nicht auf dem Planeten Erde, weil den Planeten Erde gibt es hier auf diesem Board nicht. Wir kommen ja quasi vom Planeten Erde. Aber wir haben hier vielleicht Sonden auf den Uranus geschickt oder wir haben den Sonden auf den Saturn geschickt. Und wenn ich nun diese Aktion mache, kann ich diese Sonde von diesem Feld nehmen, was auch wieder Platz macht für weitere Sonden, die ich dann hier in das Weltall schicken kann. Und ich werde hier mir den, ja, quasi, ich werde die Sonde hier über diesem Planeten platzieren, hier in diese Reihe hinein. Das kann sein, dass da schon Sonden stehen. Also es ist okay, ja, wenn dort schon Sonden sind. Ich kann auch mehrere meiner Sonden dorthin schicken. Der erste Spieler, der hier eine Sonde zu einem Planeten schickt, bekommt dann noch zusätzlich drei Punkte. Er belegt dann quasi hier dieses Drei-Punkte-Feld. Und ihr bekommt dann den Bonus, der hier oben abgebildet ist über dem jeweiligen Planeten. In diesem Fall wären das zwei Mikrofonschritte. Ihr würdet hier, ja, ein Signal zum Saturn senden können. Zu diesem Signalsenden komme ich gleich nochmal. Das ist auch eine spezielle Aktion, die man hier auch mit dieser weiteren Hauptaktion ausführen kann. Und ihr könnt eine von euren Handkarten hier als Einkommenskarte wieder unter eure Einkommensleiste schicken. Und jedes Mal, wenn ihr das natürlich tut, bekommt ihr auch den Bonus, den ihr da untersteckt, auch einmalig. Genau, und so werdet ihr im Laufe des Spiels hier die verschiedenen Felder belegen. Hier verschiedene Sonden in die Umlaufbahn von diesen einzelnen Planeten schicken. Und, ja, euch irgendwelche Boni hier einheimen. Dann kommen wir zur nächsten Hauptaktion. Das ist das Landen auf einem Planeten. Denn es ist auch so, anstatt eine Sonde hier in die Umlaufbahn zu schicken, könnt ihr auch auf einem Planeten landen. Das ist hier dieses gelbe Symbol mit diesem kleinen Rover. Das kostet eigentlich im Normalfall drei Energie. Außer in dieser Umlaufbahn hier in diesem, von dem Planeten, auf dem ihr landen wollt, befindet sich schon ein Satellit. Das muss nicht unbedingt euer sein. Das kann auch eines Gegners sein. Und es ist natürlich wieder eine Voraussetzung, dass ihr ein Satellit hier auf dem Planeten habt, auf dem ihr landen wollt. Also wenn ich jetzt auf dem Saturn landen möchte, brauche ich natürlich erstmal hier in diesem Feld hier einen Satelliten auf dem Saturn. Und dann führe ich diese Aktionen durch. Und dann kann ich auf dem Saturn landen. In diesem Fall haben wir hier schon zwei Satelliten in der Umlaufbahn von diesen Satelliten, die diesen Saturn umkreisen. Das heißt, ich würde nur zwei Energie zahlen aus meinem Vorrat. Das würde ich natürlich dann wieder abgeben. Und ja, ich setze dann diese Figur auch wieder hier auf diese Leiste, auf das erste Feld. Der erste, der auf einem Planeten landet, bekommt nochmal einen zusätzlichen Bonus. Und ich habe hier dann noch zwei Boni, die hier einheimse, einmal acht Punkte. Und hier einen Tracer. Auf die Tracer würde ich gleich nochmal separat eingehen. Merkt euch auf jeden Fall, ja, dieses Wort Tracer, also im Grunde genommen sind das, ja, ist das so eine Spurensuche. Wir finden Spuren von außerirdischen Lebens in dem Moment, wo wir hier landen. Und zwar, ja, eine gelbe Spur finden wir hier. Und ja, so funktioniert quasi das Landen. Diese Technologie kann auch noch verbessert werden. Es gibt hier eine Technologie, die wir hier reinlegen können, die uns erlaubt, das Ganze ein bisschen günstiger zu machen. Außerdem gibt es noch eine Technologie, die es uns erlaubt, auch auf den Monden von bestimmten Planeten zu landen. Das heißt, wenn ich diese Technologie hätte, die es hier auf diesem Technologiefeld gibt, komme ich gleich nochmal zu, wie man an Technologien herankommt. Dann könnte ich auch auf einem dieser Monde landen. Auf diesen Monden ist immer nur Platz für einen Satelliten. Und es gibt ein bisschen andere Boni, es gibt teilweise extrem viele Punkte, es gibt teilweise, ja, so Signale, die man senden kann. Es gibt verschiedene, ja, Spuren, die man hier senden bekommt. Ja, da gibt es die verschiedensten Boni. Aber um das zu machen, brauche ich, wie gesagt, eine Technologie. Und ja, ich muss natürlich auch wieder den Satelliten hier auf dem entsprechenden Planeten haben, auf dessen Mond ich dann landen möchte. Aber grundsätzlich funktioniert so das Landen auf Planeten oder Monden. Dann gibt es eine weitere Hauptaktion. Das ist diese, diese lilane Aktion. Da kann ich Spuren im All suchen. Da kann ich, ja, mit großen Satellitenschüsseln nach Spuren im All suchen. Diese Aktion kostet euch einen Credit und zwei Energie. Und es ist so, dass ihr standardmäßig zwei Spuren finden könnt. Und ihr könnt diese ganze Aktion noch upgraden mit weiteren Technologien, um, ja, in einer Aktion mehr Spuren finden zu können und zusätzlich weitere Boni erlangen zu können. Das Ganze funktioniert so, dass ihr, ja, die Kosten hier bezahlt. Und dann schaut ihr, ja, wo ihr Spuren findet. Das erste Feld hier erlaubt euch eine Spur auf dem Sektor zu finden, auf dem sich die Erde gerade befindet. Die Erde haben wir hier in diesem Fall in diesem Sektor. Diese Sektoren sind hier durch diese kleinen weißen Striche angeordnet. Also es sind diese kleinen Pizza Slices. Und nun kann ich eine Spur in diesem Sektor finden. Und diese Spur führt mich hier auf dieses Beta Pictoris. Diesen Beta Pictoris Planeten. Und, ja, es funktioniert einfach so. Ich nehme mir quasi einen Datencube aus dieser Datencube-Leiste, lege diesen in meinen Datapool und ersetze den Datencube mit einem meiner Marker, sodass man weiß, dass ich hier eine Spur gefunden habe oder dass ich nach einer Spur gesucht habe. Der zweite Spieler in den jeweiligen, ja, in diesen jeweiligen Reihen bekommt immer, also der zweite, der das hier reinsetzt, bekommt immer standardmäßig zwei Punkte. Und es wird am Ende eines Zuges, wenn ein Spieler einen von diesen Bereichen voll gemacht hat, noch eine kleine Zwischenwertung ausgeführt. Da komme ich gleich einmal zu, wenn ich dann, ja, die Hauptaktionen alle komplett einmal durch erklärt habe. Aber im Grunde genommen werden diese, ja, Mehrheitenwertungen, die es am Ende ja darstellen, immer zwischendurch mal ausgewertet. Und man bekommt dann noch spezielle Boni, wenn man hier nach genug Spuren gesucht hat. Bei dem zweiten Feld ist es so, dass wir eine Karte von unserer Hand abwerfen können und dann in der jeweiligen Farbe, die die Karte hier oben rechts in der Ecke zeigt, eine Spur suchen können. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel diese Karte hier abwerfen. Die zeigt so ein rotes Symbol hier oben. Die könnte ich abwerfen und dann könnte ich hier auf einem dieser roten Planeten auch eine Spur suchen. Da würde ich mir dann wieder den ersten Datencube nehmen. Ich würde, ja, mir diesen wieder in den Datenpool legen, kann dann hier meinen Supercomputer bestücken und, ja, habe dann Chancen, hier Mehrheitenwertungen zu gewinnen und hier auch Spuren außerirdischen Lebens zu finden. Nämlich, ja, in diesem Fall zum Beispiel eine rote Spur. Die weiteren Upgrades bringen dann, dass ich noch in den Merkur-Sektor für eine Bekanntheit, ja, Spuren suchen kann. Dann, ähm, ich kann noch eine weitere Karte irgendwie ablegen oder eine, die ich auf der Hand habe, kann ich zeigen und ich kann hier noch, ja, eine weitere Sonde starten oder auch eine Sonde bewegen. Also, diese Aktion kann man auch mit Technologien verbessern. Dann kommen wir zur nächsten Hauptaktion und das ist die Supercomputer-Hauptaktion. Es ist so, dass ihr im Laufe des Spiels mit diesen freien Zügen hier eure Datencubes, eure Datenchips auf diesen Supercomputer legt, euch Boni holt mit den Technologien, die hier drin liegen. Und dann ist es so, wenn dieser Supercomputer vollgelegt ist, dann könnt ihr diese Hauptaktion hier unten ausführen. Das kostet euch ein Energie. Und das bringt euch, dass ihr einfach sofort eine blaue Spur findet, einen blauen Tracer findet. Wie gesagt, zu den Tracern komme ich gleich nochmal. Und wenn ihr das macht, dann würdet ihr alle diese Datenpoolchips, die ihr hier auf euren Supercomputer gelegt habt, wieder abräumen, so dass ihr quasi wieder von vorne anfangen könnt, hier das zu bestücken, um dann das wieder voll zu machen und wieder quasi mit einer Hauptaktion dann hier diesen Supercomputer auszulösen und dann wieder eine Spur finden zu können. Dann kommen wir zur vorletzten Hauptaktion. Das ist das Technologie-Board hier, was uns jetzt interessiert. Wir können nämlich sechs Bekanntheit ausgeben, um uns eine beliebige Technologie zu nehmen. Wir können jede Technologie nur einmal haben, von jedem Level und wir können, ja, die Technologien auf unterschiedliche Arten und Weisen benutzen, um unsere Aktion zu verbessern. Da bin ich eben schon drauf eingegangen. Ja, wenn ihr das machen wollt, da braucht ihr mindestens sechs Bekanntheit. Mit eurem Mikrofon müsst ihr also mindestens auf der Stufe sechs sein. Dann würdet ihr sechs ausgeben und dann auf der Stufe landen. Dann ist es so, dass ihr euch, ja, hier auf diesen Drehmarker einmal stürzen müsst. Ihr müsst nämlich diesen Drehmarker einmal in den nächsten Slot schieben im Uhrzeigersinn und dann schauen, welche Scheibe ihr dreht. Es ist so, dass hier bei dem gelben dreht ihr quasi nur die kleine Scheibe, also die oberste Scheibe. Bei dem orangenen, wenn das darüber gehen würde, würdet ihr die mittlere Scheibe drehen und die obere Scheibe dreht sich mit. Und bei dem blauen hier würdet ihr die unterste Scheibe drehen und die mittlere und die obere würden sich dann auch mitdrehen. Und so bewegt sich quasi dieses ganze Sonnensystem im Laufe des Spiels immer wieder, weil ihr jedes Mal, wenn ihr eine Technologie nehmt, hier dieser Marker im Uhrzeigersinn weiterläuft und ihr die Scheiben in der Mitte. Danach könnt ihr euch eine beliebige Technologie nehmen, die ihr noch nicht habt. Der erste, der sich eine Technologie schnappt von einer bestimmten Art, bekommt dann noch hier zwei Extrapunkte. Ihr bekommt den Bonus, der hier oben auf der Technologie abgebildet ist und danach müsst ihr die Technologie bei euch in euer Board einsortieren. Bei den orangenen Technologien, die haben immer auf jeden Fall einen speziellen Platz. Bei den Purple-Technologien, die haben hier auch einen speziellen Platz. Da müsst ihr immer gucken, welche ihr gerade kauft und wo ihr das einsortieren müsst. Das seht ihr auch hier oben wieder an den kleinen 1, 2, 3 und 4 Punkten. Das ist wirklich sehr klein, das kann man aber erkennen. Und bei den blauen Technologien ist es aber nun so, da könnt ihr euch quasi aussuchen. Da gibt es hier immer so feste Boni, die ihr hier unten noch bekommt, beziehungsweise das ist quasi das, was auf der Rückseite abgebildet ist, was ihr quasi dafür bekommt. Und diese Technologien könnt ihr in irgendwelche Slots hier reinpacken, um dann quasi den Bonus zu erlangen, wenn ihr hier mit euren Technologie-Cubes diese Felder blockiert. Und bei diesen neuen Technologien ist es so, dass es zwei Felder gibt und um den unteren Bonus zu erlangen, müsst ihr auch den oberen Bonus abgedeckt haben. Das heißt ja, wenn ihr hier die zwei verdeckt, kriegt ihr zwei Siegpunkte und danach könnt ihr euch entscheiden, geht ihr hier irgendwie auf das Mikrofon als nächstes, um eure Bekanntheit wieder zu erhöhen. Oder setzt ihr erstmal hier einen Credit auf dieses Creditfeld, um einen Credit zu erlangen. Wenn ihr euch für das Mikrofon entscheidet, könnt ihr nicht im Nachhinein nochmal hier einen zusätzlich hinlegen. Also ihr müsst euch dann schon quasi in dem Moment entscheiden, ob ihr den zusätzlich mitnehmt oder ob ihr den Auslasst, der hier unten ist. Genau, diese Technologien könnt ihr dann auch nicht wieder verschieben, aber die sind dann natürlich jedes Mal, wenn ihr den Supercomputer wieder füllt, immer wieder verfügbar. Die letzte Hauptaktion ist das Passen. Das heißt, wenn ihr keine Aktion mehr machen könnt, ihr wollt vielleicht auch keine Aktion mehr machen, dann könnt ihr passen. Dann müsst ihr einmal schauen, dass ihr euer Handkarten-Maximum ja nicht überschreitet. Das heißt, ihr solltet immer schauen, bevor ihr passt, ihr könnt halt auch freie Aktionen noch machen, bevor ihr passt, dass ihr noch Karten abwerft für diese Boni hier oben, damit ihr maximal vier Karten habt in dem Moment, wo ihr passt. Dann, falls ihr der erste Spieler gewesen seid, der passt, nehmt ihr euch diesen Erinnerungsmarker und dreht nochmal an diesem Solarsystem und dreht den quasi hier einen weiter. Dann nehmt ihr euch den Kartenstapel, der am Ende der jeweiligen Runde, in der ihr gerade seid, hier noch bereit liegt. Ihr könnt euch eine von diesen Karten aussuchen, die nehmt ihr dann auf die Hand, den Rest legt ihr dann einfach wieder verdeckt hier in den jeweiligen Slot. Wenn der letzte Spieler gepasst hat, wird halt eine Karte übrig sein, die werft ihr dann auf den Ablagestapel. Und dann wartet ihr so lange, bis alle gepasst haben, bis dann quasi das Rundenende eingeläutet wird und die Vorbereitung für die nächste Runde startet. Da komme ich dann gleich nochmal zu, aber jetzt möchte ich euch ganz gerne noch ein bisschen was von diesen Tracern erzählen, die wir ja auf unterschiedlichste Art und Weise bekommen. Es gibt drei Tracer-Farben. Das seht ihr auch hier nochmal. Es gibt hier die lilanen oder roten, irgendwas dazwischen. Dann gibt es hier die gelben und es gibt die blauen Tracer. Jede Alienrasse benötigt ein Tracer jeder Farbe. Das sind hier diese kleinen Ringe. Diese großen Ringe sind nur dazu da, falls diese kleinen schon voll sind, um entdeckt zu werden. Das haben wir hier auch bei der zweiten Alienrasse. Ihr bekommt diese Alien-Tracer auf unterschiedlichste Art und Weise. Die blauen bekommt ihr hauptsächlich durch euren Supercomputer. Die roten bekommt ihr hauptsächlich durch diese Mehrheitenwertung in diesem Solarsystem. Und die gelben Tracer bekommt ihr hauptsächlich durch das Landen auf den Planeten. Und in dem Moment, wo ihr einen Tracer bekommt, legt ihr einen eurer Markiersteine auf ein Feld, was noch frei ist. Wenn ihr noch so ein kleines Feld frei habt, dann könnt ihr so ein kleines Feld benutzen. Ihr bekommt natürlich auch wieder den Bonus, wenn ihr so ein Feld abdeckt. Wenn alle Felder belegt sind, nehmt ihr halt so ein großes Feld hier. Dann bekommt ihr natürlich auch den Bonus. Und sobald von einer Alienrasse hier ein Tracer komplett, also alle Tracer einmal komplett belegt sind, also von jeder Farbe ein Tracer gefunden wurde, dann deckt sich diese Alienrasse auf. Und dann passieren Dinge. Genau. Also in diesem Fall haben wir zum Beispiel eine Alienrasse, die ja irgendwie auf Kommunikation setzt, wo wir ja irgendwie mit denen über mehrere Jahre immer in so verschiedenen Abständen kommunizieren können. Und diese Alienrasse suchen wir uns dann heraus. Das sind in diesem Fall sind das die Zentaurianer hier. Und dann lesen wir ja die Anleitung dazu. Das ist wirklich nur dieses kleine Kärtchen. Da befolgen wir die Anweisung und dann passieren Dinge. Denn wenn ihr jetzt im Laufe der Partie noch weitere Tracer findet, könnt ihr diese Tracer hier auch auf diese Alienrasse setzen, um diese Aliens besser kennenzulernen, um ja mehr über diese zu erfahren. Und dann passieren halt spezifische, auf diese Alienrasse ausgelegte Dinge, die hier dann in den Regeln stehen. Da bekommt ihr dann, wie gesagt, noch neues Material. Und ja, so werden diese beiden Alienrassen im Laufe des Spiels aufgedeckt und verändern das Spiel dann noch so ein bisschen. Dann kommen wir hier einmal zu diesen Mehrheiten, von denen ich schon erzählt hatte. Es ist ja so, dass ihr hier nach Signalen suchen könnt im All mit diesem, mit dieser roten Purple, mit dieser lilanen Aktion. Und das ist ja so, dass ihr hier diese, eure Marker hier über, diese Marker austauscht gegen diese Datencubes. Und in dem Moment, wo hier der letzte Datencube genommen wurde, das bauen wir einfach mal so auf, als ob das so passiert wäre, dann findet eine Wertung am Ende des Zuges des aktiven Spielers statt. Es kann auch sein, dass mehr Cubes oder mehr solche Plättchen hier gelegt worden sind, als Datencubes da waren. Dann kann man seine Plättchen noch hier hinten anlegen. Die würden dann für die Wertung zählen, aber es gab halt keine Datencubes im Austausch dafür. Und nun wird geschaut, wer denn die meisten von seinen Markern hier in diesen Feldern hat. Und dementsprechend gibt es dann einige Boni. Bei Gleichstand wird immer geguckt, wer hat den am weitesten hinten platzierten. Also wer hat zuletzt quasi hier einen Marker platziert? Und in diesem Fall ist das der grüne Spieler. Der würde jetzt, ja, gewinnen, diese Wertung gewinnen. Das heißt, er setzt seinen Marker hier auf dieses Feld, falls das noch frei ist. Falls das nicht mehr frei ist, würde er seinen Marker einfach auf diese kleine Leiste legen. Und er bekommt nun einen Bonus. Auf diesem Feld ist der Bonus abgedruckt, drei Siegpunkte und einen roten Tracer. Und hier auf dieser Leiste wäre dann quasi der Bonus nur der rote Tracer. Außer da bekommen alle Spieler, die hier einen, ja, einen Marker drin hatten, bekommen noch eine Bekanntheit. Jeder Spieler bekommt das. Und dann ist es so, derjenige, der am zweitmeisten, ein Zweispielerspieler ist das auch immer gleichzeitig der, der am wenigsten hatte. Aber am Drei- und Vierspielerspiel kann es ja anders sein. Am zweitmeisten Marker hier drin hatte, der behält einen seiner Marker. Das heißt, hier Grün hat gewonnen. Das heißt, Grüne, die Marker von Grün, er bekommt seinen Bonus, die Marker von Grün werden abgeräumt. Und ein Marker von diesem weißen Spieler hier bleibt bestehen, sodass, wenn man am zweitmeisten hatte, man dann noch vielleicht einen kleinen Headstart hat, um das das nächste Mal auszulösen. Danach wird der Rest natürlich wieder mit Datencubes aus dem Datenpool aufgefüllt, sodass man hier weiter, ja, sich Datencubes holen kann im Austausch zu seinen Markern. Ja, und das kann man dann so oft machen, ja, wie hier Datencubes oder wie hier freie Plätze dann sind, um dann sich diese roten Tracer unter den Nagel zu reißen und Spuren von Aliens zu finden. Dann kommen wir einmal ganz kurz zu den Meilensteinen. Ihr seht hier diese drei goldenen Meilenstein-Markierungen auf dem Board bei 25, 50 und 70. Und sobald ein Spieler hier über so eine goldene Markierung herüberkommt oder draufkommt, hat er die Möglichkeit, sich hier einen Marker auf eine dieser Meilensteine zu legen. Man kann sich dann einen Meilenstein aussuchen. Ihr seht, es gibt vier Meilensteine, aber nur drei solche Marker, das heißt ob acht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, noch einen vierten Meilenstein zu werten im Spiel. Das ist schon vorgekommen bei uns. Und ja, ihr könnt dann einfach euch einen Meilenstein aussuchen, den ihr da markiert, wo noch ein freies Feld ist. Hier hinten können ja so viele Meilenstein-Marker wie gehen draufgepackt werden, aber die ersten zwei sind dann quasi ja nur für jeweils einen Marker besetzt. Und diese Meilensteine sind im Grunde genommen Multiplikatoren für Punkte, die es noch am Spielende gibt. Also ihr müsst dann quasi diese Bedingungen erreichen. Hier gibt es quasi pro Paar von Tracern, die ihr bekommen habt, Entschuldigung, pro Paar von Technologien, die ihr bekommen habt, dann eine bestimmte Anzahl von Punkten. Hier wollt ihr Missionen erfüllt haben oder so goldene Karten haben, auf die ich gleich nochmal eingehe beim Spielende. Oder hier wollt ihr ja auf Planeten gelandet sein oder sie umkreist haben und außerdem ja Spuren von Leben gefunden haben, beziehungsweise Mehrheitenwertungen gewonnen haben. Ja, und da gibt es halt die verschiedensten Multiplikatoren, die ihr dann am Ende des Spiels erreichen wollt, um dann noch Punkte zu machen. Zum Start einer neuen Runde, nachdem alle gepasst haben, sich hier Karten genommen haben, wird Einkommen generiert. Jeder bekommt hier das auf seinen Karten abgebildete Einkommen. Das kann er sich einfach aus dem Supply nehmen. Dann ist wichtig, dass ihr den Drehmarker auf den nächsten Kartenhaufen legt für die nächste Runde, damit man wieder erinnert wird, dass der erste, der in der nächsten Runde passt, wieder das Sonnensystem dreht. Außerdem wird der Startspieler links an den nächsten Spieler weitergegeben, im Uhrzeigersinn. Nach der fünften Runde, wenn alle gepasst haben, wird dann noch eine kleine Schlusswertung stattfinden. Ihr wertet auf jeden Fall als erstes einmal hier die Meilensteine aus. Das heißt, jeder, der einen Marker auf einem bestimmten Meilenstein hat, ihr könnt auch nur einen Marker pro Meilenstein setzen. Derjenige bekommt dann so viele Punkte, wie oft er quasi diesen Multiplikator oder diese Bedingung hier erreicht hat. Dann wertet ihr Karten, die ihr in eurer Auslage habt, die hier dieses goldene Missionssymbol zeigen. Da haben wir hier eine in der Auslage, zum Beispiel in diesem Fall, wenn wir diese gespielt hätten im Laufe des Spiels, die würden wir in der Auslage liegen lassen, würden wir vier Punkte pro Maßumkreisung oder Maßlandungen samt der Monde des Mars bekommen. Also damit könnt ihr auch noch Kartenpunkte generieren. Und es gibt dann noch alien-spezifische Punkteregeln. Also es gibt, ja, es gibt Rassen, bei denen ihr vielleicht noch Punkte abgezogen bekommt. Es gibt alien Rassen, bei denen ihr zusätzlich Punkte durch bestimmte Dinge bekommt. Ja, das sind dann noch zusätzliche Punkte. Und wer dann am Ende der Partie die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Da gibt es noch eine kleine Besonderheit bei 1 bis 3 Spielern, die wir beim Aufbau noch beachten müssen und die wir auch während der Partie beachten müssen, auf die ich jetzt nochmal im Speziellen eingehe. Es gibt hier auf diesen Feldern die Möglichkeit, das Spiel ein wenig zu beschleunigen, wenn ihr mit weniger als vier Spielern spielt und beziehungsweise es ist keine Möglichkeit, sondern das ist Pflicht. Je nachdem, mit wie vielen Leuten ihr spielt, in diesem Fall spielen wir ja mit zwei Spielern, müsst ihr hier noch Tokens einer nicht mitspielenden Farbe drauflegen. Und diese Tokens korrespondieren hier mit diesen Alien-Feldern. Das heißt, wenn ein Spieler das erste Mal über die 20-Punkte-Marke kommt, wird der erste Token hier von Bord genommen und hier als Tracer auf eine der Alien-Rassen gelegt und es wird immer das am weitesten linksfreie Feld belegt, was noch da ist. Das heißt, ja, wenn man über die Marke kommt, sucht man sich das am weitesten linksfreie Feld und besetzt diesen Alien-Tracer-Punkt. Das führt einfach dazu, dass diese Alien-Rassen auch bei weniger als vier Spielern immer ja einigermaßen flott entdeckt werden und man nicht bis zum Ende der Partie quasi gar nicht alle entdeckt hat. Genau, wenn der zweite Spieler hier rüberkommt, wird dann der zweite Token und hier haben wir das bei dem 30er quasi genau das Gleiche, ja, skaliert halt einfach so ein bisschen mit der Spielerzahl, nimmt aber tatsächlich auch so ein bisschen den Drive weg, was hier diese Signale angeht, weil in Partien mit wenig Spielern ist es halt viel schwieriger, hier diese Mehrheitenwertung auszulösen. Das heißt, deswegen nimmt man auch das am weitesten links befindliche Feld, weil das jeweils quasi der rote Tracer ist und bei weniger als zwei, vier Spielern werden die roten Tracer ja unterdurchschnittlich oft erlangt, außer alle Spieler gehen natürlich wirklich hart hier auf diese Datenpools und auf diese roten Tracer, aber deswegen legen wir diese quasi dann fast immer dann auf die roten Tracer, um die Aliens zu entdecken. Dann noch ein ganz kurzer Hinweis, Zusatz, es wird natürlich immer die Kartenauslage direkt wieder aufgefüllt, nachdem man sich eine Karte aus der Auslage genommen hat. Das hatte ich dann, glaube ich, noch nicht ganz erwähnt. Das wollte ich noch nachliefern. Das war's mit der Erklärung zu Seti. Ich hoffe, ihr könnt jetzt direkt losspielen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und seid genauso geflasht wie ich nach meiner ersten Partie. Ich möchte euch ganz gerne jetzt noch meinen ersten Eindruck schildern, wie mir denn das Spiel gefällt und ihr seht schon, ich bin sehr begeistert. Das heißt, das Ganze wird jetzt sehr gut ausfallen. Ich muss sagen, ich war wirklich geflasht. Das Thema hat mich ja sowieso schon abgeholt. Ich habe früher an diesem Seti-Programm selbst teilgenommen, habe meine Rechenleistung dort zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, dass wir irgendwo in den Tiefen des Alls, ja, auf außerirdisches Leben stoßen, irgendwelche Signale empfangen. Ich glaube, es ist nie was geworden, sonst hätten wir da wahrscheinlich auch was von gehört und das Thema hat mich sowieso schon deswegen extrem schnell abgeholt und es ist super umgesetzt, muss man sagen. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, hier nach außerirdischem Leben zu forschen. Wir können auf Planeten landen, wir können auf Planeten oder wir können Planeten nur umkreisen, wir können ins All horchen, wir können einen super Computer rechnen lassen, um nach Alien-Spuren zu suchen. Also, das muss ich sagen, ist thematisch extremst cool umgesetzt. Dann sieht das Ganze auch noch verdammt gut aus. Ich finde, es hat einfach so einen super modernen Look mit diesen Planeten, mit diesen unterschiedlichsten Boards, mit diesem, ja, Rad in der Mitte, was man drehen kann. Und dann empfehle ich auch jedem von euch, wenn ihr das Spiel habt, kauft euch noch so eine ganz kleine, batteriebetriebene LED und stellt diese dann noch unter die Sonne. Die ist ja so ein bisschen transparent und dann sieht das einfach nochmal ein bisschen geiler aus, weil sie dann noch so leuchtet und das Spielfeld noch so ein bisschen anleuchtet. Das sieht schon verdammt gut aus, muss ich sagen. Auch die Materialien finde ich top. Wir haben Double Layered Player Boards, wir haben diese kleinen Datencubes, die auch nicht Standard sind, die, ja, in diesem Spiel exklusiv sind. Wir haben wieder dieses, ja, Refurbished Plastik oder dieses Wooden, ich weiß gar nicht, es gab es bei Kutna Hora das erste Mal. Das heißt, das ist quasi kein richtiges Plastik, sondern das ist, ja, wiederverwertbares Plastik oder recyceltes Plastik. Ja, da gibt es so eine Firma, die diese Tokens herstellt. Das heißt, ja, das ist auch etwas für die Nachhaltigkeit hier getan worden. Das finde ich auch ganz schön. Ansonsten, ja, die ganz normalen Plättchen, wir haben viel Gedöns, wir haben extrem viele Karten, die wir benutzen können im Laufe des Spiels. Da wird man die ein oder andere Partie auf jeden Fall brauchen, um dann durch diesen ganzen Kartenstapel zu kommen. Sehr cool. Und dann spielerisch muss man natürlich sagen, ist das Ganze grandios. Es erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an Anak, obwohl es natürlich gar nichts mit Anak zu tun hat. Wir haben hier kein Deckbuilding, wir haben ganz andere Mechanismen, Mechanismen, aber es fühlt sich irgendwie doch so ein bisschen an. Und ich glaube, das liegt einfach an diesen Multiused Karts. Die Karten nehmen natürlich einfach einen sehr großen, ja, einen sehr großen Raum ein in diesem Spiel. Diese Karten können wir auf unterschiedlichste Arten verwenden, was einfach super cool ist, weil wir, ja, immer gucken müssen, wie, ich habe jetzt eine richtig coole Karte, die bringen eine richtig coole Fähigkeit, aber ich brauche halt unbedingt irgendwie noch die Abwurffähigkeit, damit ich noch eine Aktion machen kann. Dann steht man immer im Konflikt mit sich selbst, was man denn mit diesen Karten am besten machen soll. Die Karten haben Ausspieleffekte. Diese Karten haben noch so Missionen. Diese Karten haben Spielende-Effekte. Diese Karten können für bestimmte Aktionen verwendet werden, um sie abzuwerfen, wenn ich ins All horche, um bestimmte Planeten abzuhorchen. Diese Karten haben diese Abwurf-Effekte. Es gibt einfach so viel, was man hier mit diesen Karten machen kann. Es ist einfach grandios. Es ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hinzu kommt noch, dass wir ja diese Aliens entdecken, diese Alien-Rassen. Es gibt jetzt fünf Alien-Rassen hier in der Basis-Version. Ich habe keine Ahnung, ob da ein Add-on oder eine Expansion geplant ist, bei dem sie dann noch neue mit reinbringen. Aber diese fünf, das ist ja schon mal grandios. Man weiß am Anfang nicht, welche zwei spielen denn dieses Mal mit. Man hat immer unterschiedliche Kombinationen und alle Alien-Rassen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Da gibt es die Möglichkeit, dass da Alien-Rassen sind, die einem Negativpunkte geben am Ende des Spiels, aber potenziell nochmal durch Karten extrem viele Punkte. Und es gibt Alien-Rassen, die neue Karten ins Spiel bringen. Ganz normale Karten, die dann eine andere Währung brauchen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die diese Aliens machen. Und die verändern das Spiel einfach nochmal enorm. Und ja, es macht mega Spaß, diese Kombinationen dann irgendwie auszuprobieren in dem Spiel. Super cool, muss ich sagen. Und dann ist es einfach flott gespielt, weil Einzug dauert einfach wirklich nicht lange. Man kann eine Aktion machen, man kann ein paar freie Aktionen noch zwischendurch machen. Und man hat auch, und das ist auch wieder so eine Parallele zu Arnak, würde ich sagen, diesen Progress, den man in Arnak merkt. Diese, ja, ich weiß nicht, ob es eine Engine nennen möchte, aber es ist schon so, dass man am Anfang relativ wenig Ressourcen hat. Man hat relativ wenig Einkommen. Man kann relativ wenig mit seinen Karten machen, relativ wenig Karten ausspielen. Und das steigert sich von Runde zu Runde immer mehr, sodass am Ende, ja, wenn man dann viele Punkte macht, noch irgendwelche Meilensteine auslöst, dann löst man hier noch was aus. Dann fährt man da noch und findet man da noch einen Tracer. Dann kann man da noch was mit der Alienrasse machen. Es gibt unglaublich viel zu tun, gerade in den späteren Runden. Da dauern die Züge dann doch, ja, ein bisschen länger, aber es artet nicht so unglaublich aus, dass es sehr viel Downtime gibt. Deswegen, ich kann euch empfehlen, das kann man zu zweit extremst gut spielen. Ich kann mir vorstellen, dass man zu dritt und zu viert auch sehr gut spielen kann. In den Spielerzahlen habe ich es noch nicht selber gespielt, aber ich sehe keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Und es gibt natürlich noch eine Sache, die muss man bedenken. Es ist natürlich so, wenn man das zu zweit oder auch noch zu dritt spielt, dass natürlich der rote Tracer, das heißt dieses Abhorchen ins All, um dort diese Mehrheitenwertung zu gewinnen oder diese Sektoren abzuschließen, dass das bei wenig Spielern natürlich eher selten zum Tragen kommt. Und dass dieser, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass dieser Mechanismus oder dieser Teil des Spiels tatsächlich mit einer geringeren Spielerzahl etwas vernachlässigbar ist, weil die roten Tracer dann automatisch durch die Punkte, die man erreicht mit den 20 und 30 Punkten und diesen neutralen Markern auf dem Board dann, ja, aktiviert werden und die Aliens dann doch gefunden werden, ohne dass man das macht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass die Anzahl dieser Datenmarker dann auch mit der Spielerzahl ein bisschen skaliert, dass man dann sagen kann, okay, ich brauche für den einen Sektor irgendwie nur noch vier solcher Datenmarker oder vier, ja, viermal Horchen, bis so ein Sektor erfüllt ist. Und dann kann ich auch irgendwie eine Mehrheitenwertung auslösen. Aber das haben sie hier nicht gemacht. Sie haben es dann damit gelöst, dass dann automatisch irgendwann diese Tracer gefunden werden und die Aliens dann ins Spiel kommen. Ja, das muss man wissen. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas noch nicht gesehen. Aber ich glaube, so ist es. Ich habe nichts gefunden, wie es irgendwie skaliert. Habe ich mich ein bisschen gefragt, warum das so ist. Das ist so, würde ich sagen, mein einziger Negativpunkt, den ich so bisher gefunden habe. Und ansonsten muss ich sagen, also ein rundum gelungenes Spiel, wenn nicht sogar fast perfektes Spiel. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein richtiger Dauerbrenner wird, dass das wie Arnak vor ein paar Jahren extrem stark einschlägt und ja, alles irgendwie verdrängt, was es noch so parallel irgendwie an Kennerspielen auf dem Markt gibt, wie es Arnak dann irgendwie gemacht hat. In den letzten Jahren war Czech Games Edition mit Kurt Nowora ja nicht so, ja, nicht so weit, einen Dauerbrenner rauszubringen. Aber ich kann mir vorstellen, Seti könnte das wieder schaffen, das, was Arnak geschafft hat. Ich bin sehr gespannt. Ja, und das war es so ein bisschen mit meinem Ersteindruck zu Seti und der Regelerklärung zuvor. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit dem Video. Schreibt gerne mal in die Comments, wie gespannt ihr auf das Spiel seid, ob ihr es vielleicht schon gespielt habt und wie es euch gefallen hat. Ich bin sehr auf eure Comments gespannt, lese das natürlich sehr gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir natürlich gerne einen Daumen nach oben. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, macht die Glocke an. Es kommen sehr viele Herbstneuheiten-Videos jetzt in nächster Zeit, in gespielt-Videos, in Einzelvideos, in Top-Listen. Schaut einfach mal rein, bleibt am Ball. Und ja, falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut auch gerne noch ein weiteres Video. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Hier oben ein Video zu Three Chapters, ein sehr heißer Spiel des Jahreskandidaten für nächstes Jahr. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Schaut einfach rein, stöbert ein bisschen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao!